So Leutis und da sind wir wieder bei Latents Mystery, Katrielle und die Verschwörung der Millionäre. Das ist ein sehr langer Name, ich hoffe es war alles richtig. Und ja, im ersten Part haben wir ein einziges Rätsel gelöst, wofür ich überhaupt nicht lange gebraucht habe. Und ja, jetzt sind wir an unserem ersten Fall, nachdem wir einen entsprechenden Hund kennengelernt haben, den wir aber erstmal zur Seite geschoben haben, weil der unwichtig ist. Und jetzt sollen wir das Rätsel um einen gestohlenen Stundenzeiger klären, beim Big Ben. Jawohl, das fürchte ich auch. Es wurde uns heute Morgen gemeldet. Also, dann geht es hier also darum, dass einer der Zeiger von der Uhr des Urturms gestohlen wurde? Unglaublich, nicht wahr? Wir müssen den Halunken schnappen, der dafür verantwortlich ist und den Zeiger ratzfatz zurückbringen. Aber der Elizabeth Tower hat doch vier Zifferblätter, oder? Selbst wenn ein Stundenzeiger abhanden kommt, sollten die anderen drei doch immer noch die richtige Zeit anzeigen, oder? Das stimmt, ich sehe da sicher gewisse Unannehmlichkeiten, aber wie soll sich das denn auf ganz Großbritannien auswirken? Ist das nicht eine Übertreibung? Ja, das meinte meine bessere Hälfte auch, aber es kann schon wesentlich mehr sein, als nur eine kleine Unannehmlichkeit, nicht die richtige Uhrzeit zu kennen. Das Problem liegt darin, dass morgen Botschafter Departee Funes Blabla auf Staatsbesuch kommt. Wir warten mal, bis irgendeine Synchro den Namen ausspricht, dann weiß ich, wie man den ausspricht. Ach ja, ich erinnere mich, etwas darüber in der Times gelesen zu haben. Irgendeinen Jahrestag der Unterzeichnung der römischen Verträge, oder? Aber was soll denn das mit dem Elizabeth Tower zu tun haben? Der Botschafter wird an einem Ort mit Ausblick auf das Parlamentsgebäude und den Big Ben empfangen. Big Ben. Big. Und als Symbol der ewigen Freundschaft und Zusammenarbeit unserer beiden Länder wollte man ihm ein Geschenk überreichen. Ein Anhänger, der an den Zeiger von Big Ben angelehnt ist. Autsch. Genau. Man kann sich also bestens vorstellen, wie das Gespräch weiterverläuft, sobald die Sprache irgendwann auf den Urturm kommt. Und es wird gar nicht gut aussehen, wenn die Zeiger, denen der Anhänger nachempfunden ist, von einem Tunig gut gemopst sind und den Scotland Yard nicht schnappen kann. Warum heißen die eigentlich Scotland Yard? Ich finde, das klingt so unglaublich beschissen. Natürlich wird das auch noch überall in der ausländischen Presse stehen. Das ist eine verflixte Schande. Das sage ich Ihnen. Ich verstehe. Deshalb haben Sie jetzt also so eilig, den oder die Schuldigen zu finden und den fehlenden Zeiger noch vor dem morgigen Termin zurückzubringen. Ha, genau. Wir brauchen wirklich dringend Hilfe bei diesem Fall, Cat. Selbstverständlich werde ich tun, was ich kann. Immerhin geht es hier um den guten Ruf von uns Briten. Ihr habt einen guten Ruf? Seid ihr nicht alle fett? Tja, das ist eine echte Erleichterung. Ich machte mir schon Sorgen. Sie könnten meine Bitte ablehnen. Natürlich wird Scotland Yard gleichzeitig auch Selbstermittlungen anstellen. Hier müssen wirklich alle ran. Beamte durchkämmern bereits das gesamte Gebiet um den Turm. Sie können sich also fragen, ob Sie schon irgendwelche Spuren gefunden haben. Wie belassen Sie das ruhig mir, Inspektor? Wir legen sofort los. Ach, Miss. Es fühlt einen schon so schön auf, wie du den Stier gleich bei den Hörnern packst. Oh nein. Nein. Einen Moment noch. Was ist denn? Nun, da das unser erster Fall seit der Gründung meiner Detail ist, mache ich dich lieber erst einmal mit den absoluten Grundlagen vertraut. Ich möchte ganz kurz erklären, wie ich meine Ermittlungen so durch... Nein, ich will das nicht wissen. Oh ja, gerne doch, Miss Layton. Nein. Als erstes tippt man auf Ermitteln die Lupe in der Ecke des unteren Bildschirms, um in den Ermittlungsmodus zu wechseln. Im Ermittlungsmodus wird der Zeiger auf dem oberen Bildschirm zu einer Lupe. Und dann ziehe den Touchpad über den unteren Bildschirm, als ob du einen Strich zeichnen möchtest, um die Lupe durch die Gegend zu schweben. Ach, manchmal wird die Lupe orange, sobald du auf einen bestimmten Punkt kommst. Hast du so einen interessanten Punkt gefunden, tippst du kurz auf den unteren Bildschirm, um herauszufinden, was es dort gibt. Damit ist nicht nur die Bewegung gemeint, die bei der Nutzung der Lupe zum Einsatz kommt. Hier ist es nur ein kurzes Picken. Du musst beide Steuerungsarten beherrschen. Kriege ich hin. Wahrscheinlich nicht. Ziehe den Touchpad also über den unteren Bildschirm, um die Lupe zu bewegen. Und tippe darauf, wenn du Ermittlungen anstellen willst. Ich glaube, ich hast verstanden. Und? Verstanden, wie man ihr schön die Stiefel leckt? Genau. Ähm, ich... Sorry, ich meinte, du bist ja ein Blitzmerker, Nadelstreifen. Also kommen wir gleich zur Sache und beginnen wir mit unserer Ermittlung. Fangen wir mit der Spitze dieser Straßenlaterne an, ja? Die will ich aber nicht übersuchen. Okay, zack. Oh, eine Hinweismünze. Jetzt erklärt sie mir, was Hinweismünzen sind, ne? Ja, hallo. Da ist dir eine kleine Münze runtergefallen. Schau mal. Ja, das ist eine Hinweismünze. Mit ihr kann man sich Hinweise beim Lösen von Rätseln kaufen. Oh, die werde ich brauchen. Aber wie echtes Geld auch, sind sie natürlich weg, wenn man sie ausgegeben hat. Benutze sie also nur, wenn du sie wirklich brauchst. Sie können überall versteckt sein. Dreh daher wirklich jeden Stein um. Ich verstehe. Hinweismünzen sind also eher menschenscheu, ja? Kommen Sie schon, Kat. Warum trödeln Sie denn hier so herum? Der Fall, junge Frau. Der Fall. Ganz ruhig, Inspektor. Eile mit Weile. Bei Ermittlungen muss man Sorgfalt weiten lassen und vor allem muss man bei jedem Schritt alles genau aufzeichnen. Sie wollen wohl dem Schuster das Besohlen beibringen? Gehen wir noch eben kurz die wichtigsten Dinge in meiner Tasche durch. Ugh. Make-up, Lippenstift, Kondome, Tampons. Tippe auf die Tasche in der Ecke des unteren Bildschirms, um das Taschenmenü zu öffnen. Okay. Cats Notizen enthalten all meine bisherigen Notizen zur Ermittlung. Äußerst praktisch als Zusammenfassung. Um die Fallgeschichte zu archivieren, wählst du Speichern aus dem Menü aus. So wird die bisherige Geschichte aufgezeichnet. Oh, das hier ist der Rätselindex. Jedes gefundene Rätsel wird hier festgehalten, damit du auch alle bereits geschafften Rätsel noch einmal in Angriff nehmen kannst, wenn du möchtest. Oh, wenn du gelegentlich Garderobe aussitzt, kann ich verschiedene Haut zusammenziehen, okay? Gut. Auch schön. Dann hätte ich dich gerne im Bikini. Wäre das möglich? Mein lieber Scholli, Sie haben aber so einiges in Ihrer Tasche, was, Cat? Schon mal was von Aufräumen gehört? Das ist diese komplett irre Idee, bei der man sich von Dingen trennt, die man nicht mehr braucht. Oh nein! Das hat alles seine Richtigkeit. Der Trick bei einer Handtasche besteht darin, immer zu wissen, wo alles ist und wann man was verwendet. Okay. Gut, damit werden die Grundlagen des Ermittlungs-Stingsbums abgedeckt. Zeit-Zeit-Theorie in Urturm. Ja, genau. Dann musst du heranzoomen. Heranzoomen, Miss? Wie macht man denn das? Ja, also, du gehst auf Zoomen. Manchmal fällt dir vielleicht auf, dass die Farbe der Lupe nicht orange, sondern blau wird, während du ermittelst. Damit wird angezeigt, dass man an einer Stelle heranzoomen und sie näher betrachten kann. Dazu musst du nur auf den unteren Bildschirm tippen. Ja, genau. Sehr schick. Nun, es ist äußerst wichtig, dass du bei deinen Ermittlungen gründlich bist. Das wirst du noch merken. Also, warum suchst du jetzt nicht an das Ziffernblatt heran und schaust es dir näher an? Hm? Okay. Dass man das Scheißding nicht mit dem... Warum nicht, weißt du? Nein, man muss es mit dem Touchscreen machen. Okay, da ist auch was. Eine Rätsel, oder? Yes. Ich glaub schon. Es stimmt. Der kleine Zeiger fehlt wirklich. Ah, aber natürlich haben die anderen Ziffernblätter noch beide Zeiger. Ja, der kleine Zeiger wurde nur auf einer Seite ausgebaut. Die anderen drei wirken unbeschädigt. Oh, dann suchen wir also bloß nach einem kleinen Zeiger. Bei einer Uhr, die so groß ist wie die im Urtum von Big Ben, dürften selbst der kleine Zeiger schon ganz so beachtliche Ausmaße haben. Man kann ihn da ja nicht so einfach verschwinden lassen. Natürlich haben wir alles um das Ziffernblatt herum abgesucht. Genau wie alles am Fuß des Turms. Aber der Zeiger scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Das entwickelt sich zunehmend zu einem hochinteressanten Fall. Ein Viertel von Nonnen weiß nicht mehr, wie viel Uhr es ist. Und du nennst das hochinteressant. Alles klar, jetzt wissen wir, was uns erwartet. Es wird Zeit, dass wir mit unseren Ermittlungen loslegen. Ja, zum 10.000 Mal sagt sie das. Es wird Zeit, dass wir... Ja, genau. Ja, los jetzt. Bitch, ey. So, muss ich hier nochmal draufdrücken? Kriege ich dann ein Rätsel, oder? Komm, nur dasselbe nochmal. Es ist doch schon traurig, die gute alte Uhr mit einem fehlenden Zeiger zu sehen, oder? Wohin kann eine derart großes Ding nur verschwunden sein? Das frage ich mich. I don't know. Was haben wir hier denn noch Schönes? Komm, hier ist eine Hinweisminze, ne? Auf einen dieser Spitzen. Nein. Ich hab hier nix. Außerhalb das Ding. Nö. Okay, dann zurück, bitte. Und dann untersuchen wir hier mal ein bisschen. Ich wollte... Wo sollen wir anfangen, Miss Layton? Nun, die Zeit drängt. Wir müssen diesen Fall lösen, bevor Botschafter Deporte Fünen morgen eintrifft. Fangen wir damit an, dass wir Inspektor Hastings Mannschaft fragen, was sie bisher in Erfahrung gebracht hat. Noch mehr reden. Ganz recht. Warum die Arbeit selbst machen, wenn das auch wer anders übernehmen kann? Unsinn, Scherl. Wir können es uns nur schlichtweg nicht leisten, Zeit auf doppelte Arbeit zu verschwenden. Natürlich. Dann kommt mal mit, ihr beiden. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, genau, du dumme Kuh. Okay. Wir sollen wahrscheinlich mit dem reden. Ist mir aber egal. Wir gucken erstmal hier uns um. Es nervt mich, dass man das... Aha. Der Elizabeth Tower ist ja sogar mit dem Palace of Westminster verbunden. Ein Baum. Aha. Hier ist das recht nett mit all dem Grün, oder? Ja. Am von Mut. Ey. Was ist das? Da war was. Ich habe doch genau gesehen, dass hier irgendwas ist da. Eine Hinweismünze! Ja! Okay, in einem dieser Schornsteine vielleicht. Oder was auch immer das sein soll. Da war was. Da war was. Da. Ich sehe es. Mach doch jetzt! Warum kann man das denn bitte nur mit dem Touchscreen machen? Das ist so kacke. Vor allem die Störung... Ich will das mit dem Pad machen. Warum geht das nicht? Weißt du... Das hätten die ja wohl noch einführen können, dass man das auch mit dem Pad machen kann. Inspektor Hastings, könnten Sie bitte zusammenfassen, was Sie bisher herausgefunden haben? Ehrlich gesagt gar nicht mal so viel. Letzte Nacht war hier ein Bobby auf Streife, der bestätigen konnte, dass um 23.50 Uhr noch alles in Ordnung war. Erst gegen 6 Uhr heute Morgen bellte sich dann ein schockierender Anwohner, der zufällig zur Uhr geschaut hatte. Wir gingen diesen Berichten unverzüglich nach und sie stellten sich als wahr heraus. Der Stundenzeiger war tatsächlich verschwunden. Hm. Also um 23.50 Uhr gestern Nacht war die Uhr noch in Ordnung. Aber um 6 Uhr heute Morgen fehlte der Zeiger. Die Tat muss also innerhalb eines Zeitfensters von etwa 6 Stunden begangen worden. Aaaaaaah. Wahnsinn. Clever, ey. So stellt sich das für uns derzeit dar, ja. Und gab es denn niemanden anderen, der in diesen 6 Stunden zum Urnturm hochgeschaut hat? Dem gehen wir gerade noch nach. Einige Beamte befragen die Anwohner, ob sie etwas gesehen haben. Es muss doch wen geben, der in all dieser Zeit auf die Uhr geschaut hat. Wenn wir eine Tür nach der anderen abklappern würden, würden wir auch bestimmt ein paar Augenzeugen finden. Doch dafür haben wir einfach nicht genügend Zeit. Sie meinen also, wir müssen es mit dem begnügen, was wir bereits wissen? Ganz genau. Und dieser Zeiger ist gewaltig groß. Es dürfte eine ganze Weile gedauert haben, sich mit ihm aus dem Staub zu machen. So viel steht fest. Hm. 6 Stunden. Ha. 6 Stunden Zeitfenster. Das ist der korrekte Hinweis allen. Wie, ich muss das jetzt da so reinlegen? Okay. Wofür war das? Im Lauf deiner Ermittlungen wirst du wichtige Informationen finden, aus denen du Hinweise herleiten kannst. Okay. In jedem Fall gibt es 6 Hinweise. Hinweise zu entdecken. Ne, warte mal. In jedem Fall gibt es 6 Hinweise zu entdecken. Hast du sie alle gefunden, kannst du den Fall lösen. Manchmal erhältst du Hinweise durch scheinbar unwichtige Aussagen. Toll. Kannst du ein stimmiges Gesamtbild erstellen? Öffne Catriels Tasche, um alle bisher gesammelten Hinweise und die dazugehörige Akte anzusehen. Wenn du den Faden in einem Fall verlierst, hilft dir die Akte dabei, dein Gedächtnis wieder aufzufrischen. Okay, laut Inspektor Hastings muss der Uhrzeiger grob in einem Zeitfenster von 6 Stunden gestohlen worden sein. Von 23.50 Uhr gestern Nacht bis 6 Uhr heute Morgen. Sammle alle Hinweise, die du zur Lösung des Falls benötigst. Wenn du einen Hinweis berührst, wird dir angezeigt, warum genau er wichtig sein könnte. Okay. Gut. Puh, das war echt etwas viel zu lesen, ne? Also. Oh. Ah, endlich ermitteln wir in einem Fall. Wie fangen wir an, Miss? Indem wir keine Zeit verlieren, oder was sagt sie jetzt schon wieder? Zuerst befragen wir Passanten, Ernest. Meine Güte, das klingt ja nach richtiger Detektivarbeit. Mal sehen, ob hier jemand aufgefallen ist, was mit dem Uhrenturm nicht stimmt. Und ob sie vielleicht brauchbare Informationen für uns haben. Hier gibt es aber jede Menge Passanten, was? Woher wissen wir denn, wen wir fragen sollen? Je mehr wir befragen, desto besser. Also ran an den Speck. Ich will doch an den Speck, Mann. Lass... Nein! Ich trage wild auf meinem Touchkühlen rum und... Endlich. So, den reden wir jetzt an. Ich wünsche, äh, einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt muss ich kurz Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten. Ähm, ähm, ja. Na gut. Ich untersuche das höchst ungewöhnliche Verschwinden der Stundenzeigers vom Big Ben, wissen Sie? Also hat einer von Ihnen letzte Nacht irgendwas hier in der Gegend gesehen? Zum Beispiel eine oder mehrere Personen, die einen großen Zeiger-artigen Gegenstand mit sich führten? Mensch, er kommt aber auch gleich zur Sache, was? Er stellt genau die Fragen, die ich ihm gerade stellen wollte. Oh, wo sind noch meine Manieren, hm? Entschuldigung, ich heiße Samuel Sniffner, aber alle nennen mich bloß Sam. Ich bin Reporter bei der London Times, wissen Sie? Lesen Sie denn überhaupt Zeitungen? Oho, schau eine an. Ich persönlich halte die London Times für die beste Zeitung der Stadt. Hahaha, zu freundlich, Junge. Aber es ist mir tatsächlich zur Aufgabe gemacht, den schmutzigsten Schmutz auszugraben und das übelste Übel aufzudecken. Und momentan ermittle ich gerade, wie schon erwähnt, im Verschwinden dieses Zeigers vom Big Ben. Zufälligerweise stellen wir gerade in der gleichen Sache Ermittlungen an. Vielleicht könnten Sie uns ja verraten, was Sie in Erfahrung gebracht haben. Entschuldigung, Ermittlungen, sagen Sie? Das ist aber ein ganz schönes Wort, sehr gelassener ausgesprochen. Ich muss gestehen, Sie sehen mir gar nicht wie Detektive aus. Wenn ich raten müsste, hätte ich Sie für ein junges Pärchen gehalten, das an diesem herrlichen Morgen einen kleinen Spaziergang mit seinem süßen Hündchen macht. Nun, ich bin Detektivin. Haben Sie denn noch nie von der Detektiv Leighton gehört? Leighton? Mir ist natürlich der berühmte Professor Leighton bekannt, aber ich wusste nicht, dass er eine Detektivin oder gar angestellt hat. Immer wieder schön, wenn man feststellt, dass man sich auf jemanden völlig Unbekannten eingelassen hat. Das schafft echt Vertrauen. Was für ein Tiefschlag, wobei ich auch nichts anderes erwartet hatte. Keine Sorge, Miss Leighton, du wirst schon früh genug berühmt werden, da bin ich mir ganz sicher. Wie dem auch sei. Ich war gestern den ganzen Abend im Büro und habe an meinem neuesten Artikel geschrieben. Da hatte ich keine Auge auf den Big Pen. Und ich muss wohl leider gestehen, dass meine eigenen Ermittlungen gerade erst in Gang kommen. Ich habe daher derzeit nichts Wesentliches beizutragen. Ich verstehe. Trotzdem vielen Dank. Ich wünsche Ihnen für Ihre laufenden Ermittlungsbemühen nur das allerbeste. Gleichfalls, Sir. Viel Erfolg auch bei Ihnen. Das stimmt wohl, wenn wir diesen Fall nicht lösen, bevor diese Geschichte rauskommt, wird das jede Menge Folgen haben. Da hast du recht. Wir müssen mit unserer Ermittlung vorankommen. Also weg mit dir, Fotograf. Du warst unwichtig. Geh mir aus dem Weg. Wir sprechen mit dem alten Knacker, der ihm sowieso nichts sehen kann, weil sein Hut über seinen Augen ist. Hehehehe. Na, wie lange ist es her? Was meinen Sie? Wie lange? Es tut mir leid, aber kennen wir uns? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einander noch nie begegnet sind, Sir. Uns kennen in gewisser Weise schon, in gewisser Weise nicht. Ich glaube, sein Schnurrbart ist etwas zu dicht. Menschen sind wie Blätter, die einen Verlust sehen untertreiben. Manchmal begegnen sie einander, mal driften sie wieder auseinander. Da kann ich ihm nicht ganz folgen, ich fürchte ich. Ihnen ist aber nicht zufällig gestern Nacht in Rosam Elizabeth Tower aufgefallen, oder? Ich träumte bereits, wie es als gestern die Nacht anbrach. Sie gehen wohl früh schlafen, hm? Dann haben Sie bestimmt nichts gesehen. Ja, ha, ha, ha. Mehr wollten Sie denn nicht? Ich sage Ihnen mal was. Wie wäre es mit einem kleinen Rätsel, um den Kopf in den Gang zu bringen? Potsblitz, ein Rätsel? Die Welt steckt voller Rätsel, Ernest. Manchmal kommen während einer Ermittlung Leute mit Rätsel an, die wir für sie lösen. Ja, okay. Ich will das Rätsel hier noch in dem Part bekommen. Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht faile. 35 Pikarat ist bestimmt super schwer. Aktuell zeigt die Uhr 15.30 Uhr an. Es wäre schön, wenn die Zeiger auf Mitternacht stehen würden. Wie viele Stellen der Uhr musst du mindestens berühren, damit die gewünschte Zeit angezeigt wird? Schreibst du im unteren Bereich durch Berühren, blablabla, kann ein Buchstaben nicht erkannt werden? Wirst du das in der Frage stellen? Okay, gut. Möchtest du deinen Buchstaben wieder löschen, berühren, dass du es radierst. Ja, das kriege ich auch einen. Okay, wie oft muss ich die Uhr berühren? Warte mal, hä? 15.30 Uhr, es wäre schön, wenn die Zeiger auf Mitternacht stehen. Wie viele Stellen der Uhr musst du mindestens berühren, damit die gewünschte Zeit angezeigt wird? Ach, der Uhr, die da gezeigt wird? Okay. Mitternacht. Drei Uhr, es wäre wahrscheinlich cleverer, wenn ich zurückdrehe. Oh, gosh. Ähm. Oh, das ist so eine Rechenaufgabe. Aber warum muss das denn jetzt kommen? Okay, eins, zwei, drei. Ich muss quasi... Eins, zwei, drei, vier, fünf, neun, sieben, acht, neun, zehn, neun, zwölf. Okay. Es sind sechs Dinge, immer sechs Minuten. Ich will Mitternacht traubeln und muss also auf zwölf zurückkommen. Also es sind drei Stunden. Dreieinhalb Stunden. Kann ich das durch sechs teilen? Ja, kann ich. Und zwar sind da... Ich zähle einfach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann bin ich bei drei Uhr. So. Sechs. Dann bin ich bei drei Uhr. Und jetzt muss ich nur noch drei Stunden zurück. Drei mal zwölf sind sechsunddreißig. Also 42. 42. Bestätigen. Wie? Das ist falsch. Warum? Wie muss ich die denn berühren? Was? Die Irmung muss Mutternacht zeigen. Wie könnte man das beanspruchen? Ja, indem ich zwei... Hinwein dran zeigen. Du musst die Zeiger der Uhr nicht berühren. Du musst die Front nicht öffnen oder die Uhr zerlegen. Ja, man wartet einfach. Nochmal. Jetzt kriege ich Abzug, ne? War klar. Wie gemein! Ja, wie oft muss ich die berühren? Gar nicht. Also rein theoretisch null. Ich muss halt warten. Mein war null. Ach, solche Pfanddinger finde ich halt echt mies. Ich dachte, ich muss da halt die Uhr, die im Bild gezeigt worden ist. Und dann diese Stellen. Wie viele Stellen der Uhr muss ich berühren? Ja, kleinen Wichsknei. Muss ich mir überhaupt nicht mehr machen? Witziges Spielchen hier. Ja, 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 ja. Der Eindruck ist voll. Wollen wir mal hoffen, dass sie alle Rätsel, denen sie sich stellen, genauso überzeugend lösen können? Hm, Wichskinde. Ich hasse dich. Alte Menschen. Alle abschlachten. Wir haben ja alles ermittelt, was es zu ermitteln gab. Ich würde vorschlagen, wir bewegen uns in Richtung des Turms. Endlich zum Schauplatz des Verbrechens. Ich muss gestehen, das ist schon ziemlich aufregend. Ich muss mal kurz erklären, wie wir uns wehren. Nein, musst du nicht! Ja, ich gehe auf Karte. Und dann berühre ich die Schaltfläche und gehe in den Bewegungsmodus. Und dann wähle ich die auf Bewege-Dingsbums auf den Ohr und sehe Ober- und sehe ich Informationen. Und kann dann einfach nochmal draufdrücken und dann bin ich da. Ein Ausrufezeichen an bestimmten Orten zeigt an, dass du dort in das Nächstes gehen sollst. Okay. Es sieht ganz so aus, als könnten wir durch diesen Eingang dort in den Elisabeth Tower... Na, dann lass uns mal dort drüber gehen und nachschauen, was wir herausfinden können. Ja, das tun wir. Hallo. Cat, bitte. Das tun wir allerdings nicht jetzt, aber wir gucken erstmal, ob wir sie umziehen können. Oh, sieh mal da. Können tatsächlich. Ja, okay. Ja, okay. So, du hast jetzt das an. Das sieht super aus, glaube ich. Nee, doch nicht. Nein, sieht doch nicht gut aus. Ja. Ja, genau so, wie du jetzt aussiehst. So, aber das soll es für den Part gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wenn ja, dann gebt dem Part ja einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye und ciao.